Jetzt kommt eine neue Folge Bowling 3D, ich habe meinen Freunden gespielt, ich fange an. Oh, schlecht. Ja, schlecht. Simon, was du hast. Oh, schlecht. Jetzt bricht doch hier. Mach halt die rosen Kugel! Verdient! Oh, schlecht. Gut. So, jetzt ist Bär hier. Du meinst Strike, nicht One-Hit. Oh, schlecht. Ja, schlecht. Ja, schlecht. Wahrscheinlich, den Trick kann man haben. So, auch ich hier den Strike. Ja. Wow, easy. Ja! Fast. Bitte, bitte. Oh, nee. Oh, schlecht. Das war mit sich gewesen. Okay. So wie in Pokémon Go einmal drehen. Ne. Einmal den Ball drehen. Glücksbringer. So, jetzt hat Easy. Easy was? Übrig noch, oder was? Ja, okay. Hast du recht gemacht. Also, ich glaube, ich gewinne. Ja. Ich bin der Beste. Also, minus 100 Punkte. Ja, ich weiß. Nein! So. Easy Null Strike. Ja, okay. Mhm. Mhm. Ich glaube, das könntest du sogar gewinnen. Hm. Mhm. Ah, schlecht. Komm, Strike. Don't Strike. Ja genau, genau in die Mitte rein. Ja. Stell dich mal mehr an. Jetzt. Stell dich mal mehr an, bitte. Okay, mach jetzt. Ja, mach jetzt. Ich hab schon zwei Strikes. Ja. Haha, ich seh jetzt, wie du dich anstrengst. Ja, mach jetzt. Versuchst du's wenigstens. Dein erstes Speer. Halleluja. Halleluja. Ach, die haben gewackelt. Habt ihr gesehen? Die haben gewackelt. Wow, so geil. Okay, ich muss jetzt drei Speers aufholen. Nein, Strike. Ne, zwei, meinst du? Wow, wow, so klar. Hahaha. Warum müssen die nach rechts schießen? Keine Ahnung, ich will einfach irgendwo hinschießen. Hä, jetzt ist doch kein Spielsinn. Haha. So, und jetzt noch die zwei. Dann haben wir den Strike nicht. Das ist ein Speer. Jetzt hier nochmal das Strike. Die wackeln, siehst du das? Was? Was war das? Nein, oh. So schlecht. So, ein Spur. Jetzt. Easy. Don't. Die wackelt schon wieder, ja. Jetzt kommen die Hacker-Dinger wieder. Sag ich doch, die kann man nicht treffen. Was? Ich hab vorhin drei Strikes gemacht. Ja, jetzt. Das ist die Hacker-Kegel. Schau. Ja, nein. Sag ich doch, Hacker-Kegel. Wenn du Strike machst, dann sagst du, das sind keine Hacker-Kegel, oder? Natürlich sind die Hacker-Kegel. Ja, schau. Hacker-Kegel. Das war auch so. Okay. So ein bisschen. Und. Spin. Und. Bumm. Wow. Bumm. Bumm. Ja, Player 1. Ja, gewonnen. Ja, okay, next round. So. Mal sehen. Oh, jetzt wieder die Hacker. Ja, die Hacker. Emil, du kannst gar nicht. Ah, die Hacker hab ich nicht gesehen. Weißt du, wie unfähig du bist jetzt. Kommt hier, mein. Ich mag jetzt mal versuchen. Emil, was machst du für Scheiße? Hör auf. Was denn? Ja, danke Emil, dass du immer für mich so schlecht werfen kannst. Jetzt muss ich die Hacker-Kegel erwischen. Ich hab dich schon mal gemacht. Jetzt muss ich die Hacker-Kegel. Ja, toll, Emil. Das nächste Mal mach ich mit Facecam, dann sieht er alles nicht. Ja, mit Facecam. Ja, nicht. Wie er hackt. Ja. Das ist gar nicht. Das ist ein elektrischer Daumen. Ne, wie ich hacke, siehst du das nächste Mal. Ah, auf. Emil. Ja. Das war Emil. Nein, mach ich nicht. Du Hacker, du. Stopp. Ja, nein, ich hätte einen Strike. Du darfst jetzt auch einmal für mich. Ja. Ja, ich hab nur einen erwischt. So, jetzt ist es wieder fair. Weil ich für dich drei erwischt hab. Jetzt komm her. Gib jetzt her, Emil. Ja. Bescheid machen. Hier. Emil mag schon wieder hacken. Ja, weil ich hack den ganzen Tag. So, ein Sperm. Wie siehst du das? Wo ist der? Gib her. Ich bin Junge. Also, ich hab gedacht. Du hast einen Strike. Was denkst du von mir? Sperm. Na. Hast du gesehen? Hacker. Ich zöre. Hacker, sag ich doch. Hacker. Ready to slurp? Au. Oh, Strike. Dein Erster hast du gut gemacht. Heute hab ich schon zwei. Ich hab gegen meine Schwester Fassfall geworden. Hallo. Hallo. Meine Schwester tut einfach gerade aus und wird ganze Strikes. Wie alt ist die Schwester? Ja, wir wollen nicht so sehr ins Tatei gehen. Fünf, oder? Nein, du bist dumm. Du bist frei, oder? Ach Emil, danke, dass du wieder für mich was gemacht hast. Bitteschön. Ja, ich darf wieder was. Das ist eine Physalis. Alles. Ja. Ich hab alles getroffen. Das hast du auch gerade bei mir gemacht. Ja, weil du's bei mir gemacht. Jetzt ist es wieder fair. Mhm. Ich hab grad einen Spear. Nein, ich bin immer noch. Ja, genau. Ich bin süß, noch fair. Ja, toll. Das ist erst gerecht. Das ist erst gerecht. Ja, jetzt ist gerecht. Das ist gerecht. Das ist gerecht. Ja, jetzt ist gerecht. Das ist gerecht. Ja, jetzt ist gerecht. Das ist gerecht. Weil es ist auch gerade bei mir gemacht, dass mir was angefangen wird. Strike? Für mich? Nicht. So, jetzt hat Strike easy. Sag ich doch! Sag das Strike. Ja, wow, easy. Jetzt kommen neue Strikes. Und jetzt hätte ich wahrscheinlich keine Strike. Ja, sag ich doch. Jetzt hast du gut hingestellt. Jetzt Strike nicht. Nicht ich. Immer was denkst du von mir, bitte? Ja, das ist ja. Und werde gewonnen. Vielleicht zwei. Ja. Aber nur knapp. Also, das ist gar nicht mehr so. Ja, okay. Eine Runde. Wie lange möchtest du noch machen? Eine Runde. Ja, okay. Alles Gutes, drei. Ja, easy. Ja, okay. Wenn du das schaffst, mach ich das auch. Now hast du ja... Guck mal, wie gut er angekommen ist eigentlich. Was ist schlecht hier? Das Bär. Ich hab Strike easy. Wie kann man keinen Strike schaffen? Ja, was ist denn das für Kacke? Ich hab grad mit zwei Fingern aus Versehen. Aus Versehen? Aus Versehen. Du drückst mich die ganze Zeit am Arm. Ich kann ja nicht mal aus holen. Wie willst du aus holen mit dem Finger? Ja. Ihr müsst ja den sehen. Er tut immer die ganze Zeit irgendwie gegen das Ding schlagen. Er muss aus holen. Ja, easy. Er hat wieder den einen erwischt. Er hat natürlich wieder die Heckefarbe. Pink. Ja, okay. Wenn ich das schaffe, krieg ich 100 Euro von ihm. Okay? Ja. Machen wir das außer nicht. Nein, ich hab den rechts gemacht. Ja, genau. Das ist die Heckefarbe, du schaffst es nicht mal. Okay, wer jetzt die letzte Runde gewinnt, hat gewonnen. Dieses ganze Video lang hat gewonnen. Okay? Ja. Warte. Warte. Das ist kein Streik. Okay. Konzentration. Das ist eine der Hackerdinger. Das ist eine der Hackerdinger. Das ist eine der Hackerdinger. Ich hoffe, du gewinnst nicht. Weil sonst hast du das ganze Video gewonnen. Oh mein Gott. Scheiße, jetzt muss ich einen Streik machen, das wieder gut ist. Ja, ich schaffte noch einen Streik. Hast du den gesehen? Der war schief. Der links. Not my problem. Ja. Tor. 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 Das ist ein Tor. Tor. Strike. Ja, Strike. Habe ich gemacht. Hast du gemacht? Für ihn nicht. Aber egal. Ich bin immer noch jung. Achso, du hast eine Keine Strik, wie ich? Ja, schon. Ich kann nur einen Hackerstrike. Weil du ein Hacker bist. Das ist wahrscheinlich auch nicht so wichtig. Nein, wie geht denn das? Ich habe das gesehen. Ich mache jetzt noch ein Spike. Ja, mach. Scheißegal. Ja, wir müssen auch einen machen. Wenn du einen machst, dann muss ich auch einen machen. Ja, du führst gerade voll. Es hat gewackelt, hast du gesehen. Okay, jetzt muss ich es schaffen. Ich schaffe es, ich schaffe es, ich schaffe es. Bitte keinen. Oh. Schade. Ich habe gerade 1860 und er hat irgendwie über 100. 1860 hast du? Oder was hast du? 68. 68, 69 habe ich. Spare. Und er hat 100. Ja, das verliere ich. Easy. Du führst das die ganze Zeit, also. Ja, aber nicht so schlecht wie vorne. Vorne hast du irgendwie so Ding verloren. Und? 10. Achso, du hast ja keinen Strike. Weil du schlecht bist. Schaufelangeber. Dankeschön. Ich bin... Warum bist du jetzt auf einmal? Ich habe die ganze Zeit 105. Also für mich? Ich habe die ganze Zeit 105 Punkte. Ich bin noch... Ja, du bist jetzt. Du hast 100 Punkte, ich habe 105. Und noch mehr? Ja, easy. Na, ich darf noch. Wenn ich den jetzt habe, schaffe ich noch mal. Ja, okay, dann wünsche ich ihn nicht. Okay, er hat gewonnen. Ja, easy. Wie viele Punkte? Wie viele Punkte Unterschied? Ja, wahrscheinlich. Ich müsste 6 Punkte machen. Ja, okay. Das war's mit der Folge. Bis zur nächsten Folge. Vergiss nicht da. Vergiss nicht den Daumen da. Also hochzulassen. Tschüss.